In dem Zusammenhang heißt es oft von Kritikern dieser niedrigen Zinsen oder der weiterhin niedrigen Zinsen, dass diese kleinen regionalen Institute sich so ein bisschen aus diesem Preiswettbewerb rausnehmen, der eigentlich ja stattfinden sollte und ja auch stattfindet zwischen vielen Banken. Also wir sehen das, wenn wir in den Tagesgeldvergleich gucken, wie hoch da teilweise, auch wenn es neu, also für Neukunden Angebote sind und irgendwelche Lokangebote und sowas, aber man sieht, hat sich was verändert und da ist jetzt einfach Wettbewerb und ja, diesen kleineren Instituten wird eben vorgeworfen, sich da rauszunehmen und es auch gar nicht so richtig für nötig zu halten, sich diesem Preiswettbewerb hinzugeben, weil sie sich ihrer Kunden offensichtlich zu sicher seien und da so sehr auf die Loyalität der langjährigen Kunden zu setzen. Diese Banken stehen dann vielleicht auch in ländlich geprägteren Gebieten und dann gibt es halt die eine Kreissparkasse.